Hallo, liebes YouTube, hier ist wieder euer Homie, wir machen weiter mit unserem Let's Play. Und wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, kam gerade oben rechts die Einblende, ja, hier unsere letztens fortgeschickten Convoys bringen Geld mit nach Hause, juhu. Jo, und deswegen machen wir mal schnell dort hoch in die Siedlung und schicken mal noch paar nächste neue Convoys fort. So. Geschäftsbuch. Sehr, sehr gut, was hat denn Conor hier so auf Lager? Land Convoi. So, es kann auch verklingeln mit dem Conor. Hasenpelze, die bringen nicht viel, haben wir in der letzten Folge gemerkt. Aber wir haben keine Pelze mehr, das ist ja ärgerlich. Was bringt so ein Vapiti-Geweih? Nix. Ah je, das wird jetzt wohl mager hier. Naja, dann müssen wir demnächst nochmal jagen gehen, das bringt alles nix hier. Das bringt uns wirklich nix ein. Ja, ja, wir gucken mal schnell auf meine Spezialgegenstände. Oh, hm, okay. Egal, dann machen wir ohne weiter. Wir können uns ja trotzdem schon was kaufen, was neu ist. Das ist ja zumindest schon mal was, nicht wahr? Für 10.000 kriegt man was. Die Frage ist, ob es jetzt wirklich was Sinnvolles ist oder ob wir erstmal weitersparen sollten. Am Ende haben wir eh alles. Also von daher. Ja, ja. Was haben wir jetzt gemacht? Dann kommen wir. Interagieren. So. Also die Holzverstärkung und die zusätzlichen Kanonen haben wir schon. Wir könnten uns praktisch die Spitzgeschosse leisten. Oder den Ramsprung. Ah, komm, wir nehmen mal den Ramsprung. Dann gucken wir hier mal drauf. Und stellen fest, dass das immer weniger wird. Die Rettung. Ja, dann, auf geht's zur Rettung. Ach, und so liebe Freunde der Ladebildschung. Hm, interessant, ne? Bisschen weiß. Aber ich habe jetzt übrigens auch angefangen, mir die Tür verleitenkönig wurschicken. Oho, Bobby! Kannst du ihr vertrauen? Mit meinem Leben, okay? Und hab's ja auch schon durch den, zumindest in Episode 1 Teil. Oh, hallo. Ich bin Amanda. Ihr müsst der Kepfen sein. Aber wir gucken erstmal hierzu. Na, was soll das denn alles? Du stolzierst hier einfach in meine Bar und suchst nach Offizieren. Und kurz darauf höre ich irgendwelche Gerüchte, dass das Phantom der Nordmeere wieder über den Atlantik segelt. Die Archea ist zurück und ich brauche ihre Hilfe. Nicholas Biddle segelt jetzt für die Patrioten, als Käpt'n der Randolph. Aber der Mann macht die Küsten um Nantucket unsicher. Er hält es für eine Loyalisten-Hochburg. Wo ist er jetzt? Da. Wenn man vom Teufel spricht. Geh unter Deck, Mandy. Das ist sicher. Ich will es mir selbst ansehen. Oh, wir dürfen dann wieder sammeln. Oh ja, da schießt's. Nicht weit von hier. Greift die Randolph ein Handelsschiff an. Deine Befehle. Ja, los geht's. Die voll senkt man. Kampfposition einnehmen. Alle auf Gefechtsstation. Wir müssen herausscheln. Was Biddle vor hat. Und zwar schnell. Was weißt du sonst noch? Ein Gassiegeil. Ganz plötzlich hat der Kongress ein brandneues Schiff für ihn als Käpt'n. Vom britischen Steuermann zum Käpt'n des kolonialen Flaggsschiffs. Da stimmt etwas nicht. Richtig. Zwei tausend Meter. Halbes Segel. Der Wind drückt uns gegen diese Klippen. Kurswechseln. Oh ja, wir schaffen das. Volles Segel. Die Kreuzhüter sind echt nervig. Das ist richtig, richtig böse. Ich bin hier wieder volles Segel selbst. Gebt mir alles. Volles Segel. Ich gebe mir Mühe, Mr. Fogner. Oh, da kommt der nächste Klippen gerade hin. Weniger Segel. Weniger Segel. Coming. Die Deckung. Haft Segel. Haft Segel. Ich brauche volle Segel. Ich brauche volle Segel. Ich brauche volle Segel. Ich brauche volle Segel. Und jetzt bin ich weitergelebt. Ich brauche volle Segel. Ich brauche volle Segel. Es hat mich der Gnade den Briten überlassen. Ja, dann los. Warum macht Medel das? Nenntucket unterstützt die Patrioten. Anzahl von Fehlschüssen und zwei. Es ist ein Schiff, in der er sich aufhält. Weißt auf andere Gründe hin. Ein Schiff, Schiff, auf die Briten! Schieb! Bereit zu feuern! Bereit machen und Feuer! Da muss ich den Weg geraten. Die Abdrehwaffe, Feuer! Das ist unmöglich! Halbes Segel und rum im Tag. Gebt ihr runter auf halbes Segel? Ich fahre noch, das ging gleich schon. Ich schreibe noch vor. Wir fahren natürlich doch vollkommen wiegen. Der Schuss hat uns voll getroffen! Hart segelt! Hart segelt! Und fahrt! Halbes Segel! Erwaschen Sie auf Holz lenken, Sie hält nicht mehr aus! Bereit zum Feuer! Schießt! Eigentlich ist doch kacke. Er ist irgendwie näher ran. Und Feuer! Geh den Wind ab, hey! Kacke runter! Er ist sehr beschädigt! Oh Mann, jetzt waren wir dran, ey! Leck mich! Bereit zum Feuern! Feuer! Gut, hat's gemacht! Ab auf den Kronen! Herr Lohnen! Oh, wir werden wieder Assassinen hier nehmen, weil wir sie mit fortschicken, ne? Ihr kennt ja das Spiel. Was machen wir hier? Queback, Kayback, Qback, wie auch immer. Wir schicken wieder hier den Dobby Carter mit. Den und den. 100 Prozent. Das sollte doch reichen. Nachladen! Erwarte Befehle! Die sind so weit weg, verdammt nochmal, ey! Was? Sie sind jetzt in den Top 1 Prozent weltweit für die Anzahl zerstörter, rückerigen Schiffen? Wollt ihr mich verarmen? Bereit machen, Jungen! Und Feuer! Gut, hat's gemacht. Das ist eine Frage. Wir folgen dir, Randolph. Volle Segel! Volle Segel wieder, los geht's! Volle Segel! Oh Gott, das war's da, ey. Gebt mir halbe Segel! Achtung! Steigen. Alter, sie bringt uns voll noch vom Puss ab, die Scheiße. Gebt mir alles! Volles Segel! Wer ist es? Ein ganz beschisser für den Schwachstil. Mehr Engländer, der Klüger vornahm. Wo ist die Randolph? Sie ist weg, Captain. Auf und davon! Lässt uns mit diesem Geschweiß zurück. Wir haben keine Waffe. Wir haben keine Waffe. Das ist ein Scheiß mit diesen Wellen, ey. Die Feiern auf uns! Ach. Das ist wohl keiner, wo noch im Psycho-Mod-Center. Schieff! Feuer frei! Zielverfehl! Zielverfehl! Die haben uns getroffen! Ah, jetzt hat sie auf den Fehlschluss gezählt. Der bringt Macht und Strassraum! Ein neuer Kurs! Sie schießen! Feuer! Sie sind noch nicht in den Schlafstil! Schatten ist recht! Mann, wieso singen ich, dass du so weit wegkriegst? Jetzt bestrechen! Feuer! Breitseite abgeben! Drehwaffe Feuer! Ich sage, es ist Zeit, dass wir Schutz vor dem Sturm suchen, Käpt'n! Ich stimme zu, Mr. Fortner. Wir segeln nach Vinyard. Optisch in den geilen Rapschmuck. So ein Wetter habe ich noch nie gesehen. Ist selten, aber kommt vor. Hast dich bewehrt? Was mir Sorgen macht, ist, dass Biddle ein Patriot ist. Warum hilft er dann der britischen Navy? Alte Freunde vielleicht? Wie überzeugt man den Kontinentalkongress, dass die Marine mehr Schiffe braucht? Die Körperfahrten der Briten entlang der Küste sind Grund genug aufzurüsten. Kanonenboote bei Vinyard? Jetzt das! Biddle will der erste Admiral der kolonialen Marine werden und nutzt diese Notlager aus. Ein geschicktes Manöver, Käpt'n. Ich habe vom Kanonendeck aus zugesehen. Was suchst du auf dem Kanonendeck? Du solltest dich in Sicherheit bringen. Schon gut, Bobby. Keine Sorge. Die Bewohner von Nantucket sind sicher dankbar. Und ich auch. Gut, dass du zurück bist. Ja, das war's mal wieder, ne maritime Mission. Ach, ich könnte mich so ärgern, dass Ziel nicht erreicht. Manchmal ärgere ich mich wirklich. Aber nun ja, so ist das, ne? Ich meine, wo wäre denn sonst der Anspruch der Herausforderung, wenn alles zu einfach wäre? Ja, das ist das, ne? Richtig, nicht da. Da kommt. Hab ich euch schon mal gesagt, äh, wie geil ich lade, wie ich immer finde. Ich glaub schon, ungefähr zum 100.000 Mal hab ich euch das schon noch so auch. So, guck mal noch gleich mal. Was haben wir hier noch so? Französische Intervention. Klar, die waren mal auch klein und menschnell. Also wir verfolgen praktisch immer noch ein bisschen, ne? Das ist jetzt praktisch die weitere Mission von dem. Guck mal, was die Franzosen jetzt hier noch mitmachen. In dem Aufrohr. Unser Auftrag, Captain. Die Belladonna und der Rodrigo Ortales und seinen Männern. Sie segelt sicherheitshalber als spanisches Schiff, doch sie ist ganz und gar französisch. Die Franzosen bringen eine Schiffsladung Pulver und Kanonen für Georgie und seine Patrioten. Ein paar koloniale Schiffe sollten sie eskortieren, doch sie ließen sie zurück. Seitdem wartet sie hier. Wir sorgen dafür, dass Washington kriegt, worauf er wartet. Wo ist der Kapitän? Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Wir kamen so schnell, als der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Randolf war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Tupik. Deshalb bestand der Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Pardon. Wir fahren erst, wenn wir bereit dazu sind. Der Atlantik ist gefährlich für ein einzelnes Schiff, besonders wenn es so wichtige Fracht geladen hat. Ihr müsst froh sein, dass wir hier sind. Boah, es ist eisig. Mein Lieutenant freut sich nicht auf den kalten Norden. Ist der Mann noch ganz bei Trost? Halte die Augen offen, Mr. Faulkner. Wer nach der Belladonna sucht, kann in dem Nebel jederzeit hier auftauchen. Ei, Captain. Ich hab ein flaues Gefühl bei der Sache. Na, ich erst, ey. Meine Hose ist schon ganz voll. Ist das nie so schnell? Die Engländer kommen, Sir! Das ist die Macht von Frankreichs Marine. Bereit zum Feuern! Sie haben sich das falsche Schiff ausgesucht. Noch nicht! Bereit zum Feuern! Der Engländer! Harten! Ladet nach! Ach, schnell! Bereit zum Feuern! Ladet doch mal ein wenig schneller mal auf. Drehwaffe, Feuer! Das ist die Macht von Frankreichs Marine. Bereit, Feuer! Feuer! Halbes Segel! Schieff! Breitseite abgeben! Feuer! Feuer! Noch nicht! Feuer frei! Na, kommt doch alle her! Wir warten nur auf... Oh, Mann! Englische Fringarten! Na, kommt doch alle her! Wir warten nur auf euch! Feuer! Schieff! Wir warten nur auf euch! Wir warten nur auf euch! Der Rammsturm ist schon ganz nice, ne? Warum sieht er so viele? Ist doch egal. Wir kämpfen! Feuer! Wir warten nur auf euch! In dieser Suppe sind wir ein gefundenes Fressen und sicher kommen noch mehr von denen! Was können wir tun? Oh mein Gott, ey! Ich bin die Wacke, ey! Warum segeln denn denn die Scheiße so blöd hier? Die KI, Alter! Ah! Könnten auch mal euch wegen aufpassen, ey! Wir können zu sein! Englische Brigaden! Ach was, das sehe ich auch! Doch nicht! Und Feuer! Ladet nach! Macht nur feuern! Kein Segel! Anhalten! Kein Segel! Best auf halbes Segel! Kein Segel! Feuer frei! Viel verfehlen! Schieff! Viel verfehlen! Volles Segel! Gebt mir halbes Segel! Feuer! Sie ist von uns! Erwartete Fehler! Scheißengel, ey! Breitseite abgeben! Breitseite abgeben! Drehwaffe, Feuer! Aufgehen! Erwarte Befehle! Bereit zum Feuern! Und Feuer! Feuern! Noch ein Brand für die Tiefseel! Steht die Tiefseel! Von mir! Warum sind das so viele? Haben! Ist doch egal! Wir kennen ihn! Auf mein Zeichen! In dieser Suppe sind wir ein gefundenes Rest und sicher kommen noch mehr von denen! Was können wir tun? Nichts! Nur beten, dass sie uns nicht fern! Negativ, Sir! Feuer! Feuer! Nein! So, was haben wir jetzt denn noch vom Bug? Drehwaffe, Feuer! 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 Schief! Bereit zum Feuer! Friedschelf! Der Aufmaß der Belladoner fällt! Wir müssen in ihrer Nähe bleiben! Feuer frei! Verdammt. Au, Kettengeschosse. Dürfen wir jetzt mal nehmen? Ach, die haben halt so Angst, dass die Räten von der Belladonna erwischen. Geht auf uns, Männer! Scheiße! Gebt mir volles Segel, Jungs! Alles! Volles Segel! Feuer, Feuer! Tut euren Pflicht, Kapitän! Beschützt die Belladonna! Dann setzen wir nicht mal neben sie. Keine Reise, Männer! Weniger Segel! Weniger Segel! Wir wünschen ihr Elfen! Und Feuer! Feuer! Das hat sie stark haben! Erwache, Befehle! Feuer! An Bord, der Schiff. Normale Kugeln, schnell! Feuer! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gebt Deckung vom Achterdeck! Sicher die Achterleinen! Schaut den Waffen fest! Der Kapitän! 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 ля! Der Kapitän! das britische kommando von der belladonna das britische kommando weiß nichts davon warum seid ihr dann hier ein patriot führt uns hier nicholas biddle für wen arbeitet das weißt du doch assassine was hat der kräftin gesagt nicht mehr spät und führte sie hierher er hat die randolph die randolph klar machen zum gefecht kommando zurück er hat längst beigedreht wir können die belladonna nicht zurücklassen aber sie ist beschädigt und angreifbar lass ihn ziehen wir sehen ihn früh genug wieder ja ich denke auch dass wir uns wieder sehen wie randolph und wir und natürlich auch ihr und ich denn wir sehen uns erst in der nächsten aufnahme wieder und bis dahin macht's gut euer homie